Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch. Für uns ist es circa eine Woche her, da bekam Brandon Fraser seinen ersten Oscar für seine Leistung in The Whale. Der Film, der in Deutschland leider erst Ende April, genauer gesagt am 27. April in die Kinos kommt, was eine sehr harte Verspätung ist verglichen mit dem US-Staat. Ob sich die Warterei lohnt, darüber wollen wir heute hier reden und Kenny ist dabei, hallo. Einen sowas von traumhaft wunderschönen guten Tag, lieberst du. Und der Chris ist auch dabei. Hallust du, hallo Kenny. Ich bin satt und habe gut gefrühstückt. Sind wir schon zu zweit. Was hattest du zum Frühstück, Kenny? Cornflakes. Gut. Ich hatte Müsli. Vernünftig. Vernünftig. Mit fettarmem Juro. Vernünftig. Okay. Lass uns aber nicht über unser Frühstück reden, wobei das können wir gerne später aufgreifen, wenn ihr wollt. Lass uns erstmal über The Whale reden, den neuen Film von Darren Aronofsky. Wie gesagt, ab dem 27. April im Kino. Und der Chris kann uns kurz mal erklären, worum geht es in dem Film überhaupt. The Whale basiert auf dem Theaterstück von Samuel D. Hunter. Und darum ist er auch auf einen Schauplatz beschränkt, nämlich das Apartment von Charlie. Charlie ist ein ehemaliger Englisch- oder auch Literaturprofessor, der nun von zu Hause aus unterrichtet über den Laptop. Er gibt Online-Kurse. Aber die Kamera ist ständig ausgeschaltet. Charlie möchte sich seinen Studenten nicht präsentieren. Denn Charlie wiegt über 300 Kilo. Er hat so viel Masse zugelegt wegen einer Tragödie, die sich in seinem Leben ereignet hat. Er hat jemanden verloren, der ihm sehr nahe stand. Und das hat ihn in eine tiefe Depression geworfen. Der einzige wirkliche Kontakt, den Charlie hat, ist eine Pflegerin namens Liz, die regelmäßig kommt und nach ihm sieht. Und Liz sagt ihm auch, dass seine Blutwerte so extrem geworden sind, dass er nicht mehr viel Zeit hat, um zu leben. Daraufhin ist Charlie fest entschlossen, wieder sich mit seiner Tochter zu versöhnen. Denn er hat seine Tochter und seine Ex-Frau verlassen, als seine Tochter gerade einmal acht Jahre alt war. Was seine Tochter ihm auch nie wirklich verziehen hat. Nur Charlie ist wild entschlossen, mit ihr wieder zu connecten. Denn sein Zustand verschlechtert sich von Tag zu Tag wirklich enorm. Vielen Dank, bis hierhin. Ich glaube, wird seine Kilogrammzahl im Film wirklich erwähnt? Weil ich hatte mir jetzt hier 272 Kilo aufgeschrieben. Wobei, das macht den Wald jetzt auch nicht fett. Also, ich habe jetzt auch irgendwie geraten. Weil ich habe jetzt nur eben ständig von amerikanischen Kritiken gehört, es seien 600 Pfund. Und sind das nicht ungefähr 300 Kilo oder ein bisschen weniger? Ja, ich weiß nicht. Also, ich habe jetzt ein paar offizielle auf Synopsen rausgesucht vom Verleih. Und da steht immer 270 oder 272 Kilo. Aber es ist viel. Das ist, glaube ich, klar zu sagen. Es ist sehr, sehr viel. Ja, gut. Hätten wir das auch geklärt. Ja, Brendan Fraser hat einen Oscar gewonnen. Wer hätte es gedacht, dass der Mann, der jahrelang weg vom Fenster war, der Mann, über den man noch Witze gemacht hat, weil Tom Cruise ihm die Mumie weggenommen hat, jetzt auf einer Oscar-Bühne steht. Ganz ehrlich, es haben ja nicht nur er gewonnen, es hat auch Ki Kwan, wie heißt der? Oh, ich weiß es nicht. Der hat von Everything Everybody Once gewonnen. Und die beiden haben hier zusammen in Steinzeit Junior gespielt. Also, wer hätte es gedacht, dass mal die Darsteller von Steinzeit Junior mal auf der Oscar-Bühne stehen und jeweils einen Preis bekommen für ihre darstellerische Leistung. Kenny, wie sehr hast du dich gefreut, als du das gesehen hast, dass Brendan Fraser einen Oscar gewonnen hat? Du hast The World damals noch nicht gesehen, ne? Nein, das Gemeine war, die Presseverführung für mich in Leipzig, die war genau fünf Stunden nach der Oscar-Verleihung. Das war wirklich gemein. Also, ich war gegen um fünf noch wach, bin dann halt ins Bett und hab dann, glaube ich, zwei, drei Stunden geschlafen und bin dann in Leipzig zur Presseverführung. Für mich war sie ja Montag, war ich ja, glaube ich, erst Mittwoch oder Donnerstag. Und das war ein bisschen gemein. Also, wirklich, der Filmstart ist echt mal viel zu spät. Ich glaube, in den USA gibt es den schon auf Blu-Ray und bei uns kommt der jetzt irgendwann im April ins Kino. Und selbst wir durften in der PV erst Ende März gucken oder Mitte März. Das ist echt gemein. Aber prinzipiell, wo dann der gute Brendan Fraser den Oscar bekommen hat, ich hab's ihm ja gewünscht. Er hat ja sämtliche anderen Preisverleihungen, die es irgendwo gab, gewonnen. Allerdings bei der Oscar-Verleihung gab's halt noch andere starke Konkurrenzen. Da war's halt so, wenn er ihn nicht kriegt, wär's okay. Wenn er ihn natürlich kriegt, dann freut man sich natürlich umso mehr für ihn. Und als dann die Ansage kam, and the Oscar goes to, Brendan Fraser, haben wir alle im Discord geschrien, ne? Und haben uns mega gefreut. Und ich hab mich wirklich riesig für ihn gefreut, obwohl ich den Film noch nicht gesehen hatte. Und jetzt im Nachhinein, muss ich sagen, absolut verdient. Schauspielerisch. Dafür, dass er so lange abstinent war von der Schauspielerei und wir ihn lange nicht gesehen haben, Wahnsinn. Das nenn ich mal ein Comeback. Ist er denn in Ruweil, laut deiner Meinung, genauso gut wie in Georgio aus dem Dschungelkampf? Ja, das ist das, was der Film hier gemacht hat. Er hat für mich Brendan Fraser als Schauspieler völlig neu definiert. Jetzt ist es ja so, dass er auch damals schon in seiner Blütezeit hier und da, neben Sachen wie die Mumie und Teuflisch und Eve und der letzte Gentleman, alles Sachen, von denen ich überhaupt kein Fan bin, ganz nebenbei, sich manchmal auch im dramatischen Fach versucht hat. Es gibt da ja zum Beispiel Gods and Monsters oder Der stille Amerikaner oder auch ein Drama mit Harrison Ford, dessen Titel mir jetzt entfallen ist. Und also hier und da hat er das gemacht, aber viel zu selten, als dass ich ihn jemals wirklich als, in Anführungszeichen, seriösen Schauspieler wahrgenommen hätte. Deswegen hat mich seine Leistung hier auch umso mehr von den Socken gehauen. Und selbst wenn er nicht den Oscar gewonnen hätte, ist es ja trotzdem schön zu sehen, dass er ein Comeback hat, das wohl andauern wird. Er war ja im Jahr zuvor, oder zwei Jahre zuvor, war er im neuen Steven Soderbergh, No Sudden Move. Und als nächstes ist er ja in Martin Scorsese's Killers of the Flower Moon zu sehen. Er hat schon so einiges im Petto. Und ich habe mich dann mit ihm persönlich mehr beschäftigt und habe ihm den Oscar so sehr gegönnt, wegen all dem, was er durchgemacht hat. Er hatte ja, so wie ich es gelesen habe, eine unangenehme Begegnung mit einem Hollywood-Produzenten, der ihm daraufhin irgendwie mit Absicht schaden wollte. Er hatte eine schlimme Scheidung etc. pp. Also er hatte privat eine ganze Menge Drama. Er hatte, glaube ich, auch noch eine Operation wegen Rückenproblemen, weil er sich den Rücken mit Stunts ziemlich versaut hat. Er hatte eine ganze Menge Probleme. Und man hört immer nur, dass er quasi so ähnlich wie Keanu Reeves ein grundsympathischer, netter Kerl sein soll. Deswegen, ja, freut mich das auf der Basis enorm für ihn. Kurz zur Aufklärung, der Film mit Harrison Ford heißt Ausnahmesituation, ist aber auch wirklich komplett untergegangen, als er 2010 erschien. Also er hat so diese Außenwirkung, die auch Keanu Reeves hat. So wirklich der nette Kumpeltyp, dem man wirklich alles gönnt. Er hatte ja auch, das fand ich sehr toll, auch klar gesagt, wenn er für einen Golden Globe nominiert wird, dann geht er nicht hin, weil er wohl auch Erfahrungen von sexuellen Lästigung gemacht hat bei den Golden Globes und die Golden Globes aber nichts dagegen getan haben. Das ist also auch ein Mann, der zu seinem Wort steht. Und ich gönne es ihm auch wirklich sehr. Was man auch dazu sagen muss, es ist ja nicht nur, glaube ich, ein Oscar für seine, ich sage mal, psychologische Leistung, die er da abliefert, sondern auch für seine physische. Denn er trägt ja wirklich diesen Fettsuit. Und dieser Fettsuit, dafür haben sie ja auch einen Oscar bekommen. Und ich habe in meinem Leben schon viele Fettsuits gesehen, aber ich habe noch keinen gesehen, der in Anführungszeichen so realistisch und authentisch wirkt wie der in Beweil. Das sollte man hier vielleicht auch mal erwähnen. Also was die da gezaubert haben, und ich weiß gerade nicht, wie groß das Budget war. Es war garantiert nicht so groß. Es ist auch eine beachtliche Leistung, wie ich finde. Ja, vor allen Dingen, es kann sein, dass ich mich jetzt irre oder etwas vergesse. Aber ich glaube, das war auch das erste Mal, dass ich einen Fettsuit wirklich in einem Drama gesehen habe. Weil einer der Gründe, warum das vielleicht der realistischste Fettsuit und die realistischste Make-up-Arbeit diesbezüglich ist oder einem so rüberkommt, ist, weil in erster Linie, was fallen dir da jetzt für Sachen ein? Eddie Murphy in Der verrückte Professor, Eddie Murphy in Norbitz, was ja mit Absicht albern. Ich möchte gerne, dass auf der DVD-Hülle von Novel später draufsteht, der beste Fettsuit hat Norbit. Wir fallen eigentlich nur Fettsuits von furchtbar schlechten, furchtbar dämlichen, furchtbar geschmacklosen Komödien ein. Da muss ich da aber dazwischen kretschen. Also The Darkest Hour, Die dunkelste Stunde. Oh, sehr gut, Kenny, sehr gut. Ja, ja, genau, genau, der zum Beispiel. Da ist es ein seriöser Film und da hat er ja auch einen Ausdruck bekommen für bestes Make-up. Okay. Ja, wobei da, da muss man, glaube ich, schon sagen, da ist der Fettsuit ja nicht so ausgeprägt wie bei The Whale. Ich meine, es wurde ja auch immer früher so ein bisschen auf Brandon Treasure rumgehackt, weil der ja auch im höheren Alter auch ein paar Kilo zugenommen hat. Er ist ja sowieso schon eine relativ große und massive Persönlichkeit. Ich habe auch irgendwo mal gelesen, dass viele wohl am Anfang ja glaubt haben, als das Projekt angekündigt worden ist, dass der arme Mann wirklich so viel wiegt und deswegen gecastet worden ist. Und was ich nicht ganz nachvollziehen kann, es soll wohl aktuell auch so eine Debatte darum gehen, ob es nicht verboten werden soll, Fettsuit zu nutzen, weil es ja genügend wirklich adipose Menschen gibt, die dann die Rolle spielen können. Und ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, ich halte das für absolut ein Bullshit. Ja, also das ist sowas von hirnverbrannt, weil A, dann finde mal einen Schauspieler, der so viel wiegt, also einen Schauspieler, der sich vielleicht auch dermaßen gehen gelassen hat und dann so viel wiegt. Und B, finde dann einen Schauspieler, der so viel wiegt und der dann eben auch imstande ist, so einen Drehtag oder eben auch mehrere Drehtage damit durchzustehen. Denn für Leute, die vielleicht darüber nicht so gut Bescheid wissen, Filme zu drehen ist anstrengend. Solche Drehtage sind lang. Von morgens bis spätabends. Du musst die Takes immer und immer wieder wiederholen. Und könnte eine Person, die so dermaßen massig ist, überhaupt die Energie aufbringen, so einen Filmdreh durchzustehen? Ich glaube eher nicht. Was ich ganz amüsant fand, bei einer der letzten Folgen von Saturday Night Live war Woody Harrelson zu Gast. Und die haben mal einen Film, also einen Sketch gespielt und da spielte Woody Harrelson einen Schauspieler, der sich für eine Rolle wie in Bewell extra irgendwie 180 Kilo angefressen hat. Nur um dann zu erfahren, a la Batgirl, ja wir haben den Film abgesagt. Das wäre echt bitter. Das wäre saubitter. Aber das ist Hingabe, ne? Ja, das ist Hingabe. Aber ich glaube, da sagt nicht nur dein Hausarzt zu dir so, sag mal, spinnst du. Aber gut, lass uns mal diese dämliche Debatte. Entschuldigung. Entschuldigung, ja. Nee, ich wollte nur sagen, also das Höchste der Gefühle diesbezüglich wäre halt zum Beispiel Christian Bale in Weiß. Und das ist ja noch halbwegs erträglich, was er da an Gewicht mit sich rumschleppt. Ja, also wie gesagt, wir reden ja hier nicht von 10, 20, 30 Kilo, sondern von 100, 150 Kilo, vielleicht manchmal sogar zu 200 Kilo. Und das ist halt, das ist ungesund hoch 2000 dann. Also von daher halte ich diese Debatte auch für sehr, sehr sinnlos. Aber ich finde es faszinierend, dass es sie gibt und dass sie wohl tatsächlich ernsthaft geführt wird. Aber gut, das hätten wir jetzt hier mit abgehakt. Chris, du hast ja schon gesagt, das ist eine Verfilmung eines Theaterstücks und der Film spielt ja wirklich zu 100 Prozent, mal abgesehen von vielleicht so einer kleinen Flashback-Sequenz oder Traumsequenz in diesem Apartment. Wie fandet ihr denn diese, die, die, ja, die Darstellung ist jetzt für euch übertrieben, aber bei so einem Kammerspiel ist es ja durchaus auch wichtig, dass das Environment, das Drumherum auch irgendwas aussagt, irgendwas vermittelt. Fandet ihr das gelungen oder war das einfach nur ein Apartment für euch von vielen, Kenny? Tatsächlich war ich immer überrascht, wie groß dieses Apartment ist. Also von draußen sah das aus wie so ein billiges Motel, so ein Ein-Zimmer-Apartment. Und dann stellst du fest, dass da hinten noch irgendwie noch einen Gang nach hinten gibt und da hinten so noch ganz viele verschiedene Räume dran. Also das war wahrscheinlich eine über 100 Quadratmeter Wohnung. Ich habe keine Ahnung. Dementsprechend erstaunlich ist es, dass jemand, der sich halt kaum noch bewegen kann oder nur mit Hilfsmitteln bewegen kann, dann trotzdem noch in so einer großen Wohnung ist. Wäre es halt nicht sinnvoll, vielleicht eine kleinere Wohnung zu nehmen, wo man halt sich vielleicht, wo man kürzere Strecken halt hat. Aber prinzipiell spielt der Film ja nur in dieser einen Location. Du hast diese Wohnung und die spielt halt mal vielleicht in verschiedenen Zimmern und halt vielleicht noch vor der Tür und das war's. Und das ist ja genau das Ding. Da merkst du vielleicht auch, dass es ein Kammerspiel ist, dass es eine Theaterverfilmung ist, weil halt nicht viele Kulissen sind. Ich meine, das macht es halt als Theaterstück relativ leicht. Damit hast du halt nur diesen einen Drehort. Und das dann umzusetzen im Film, ist halt relativ einfach. Aber es geht halt hier nicht um die Location, sondern es geht ja um darum, was da drin passiert. Und das wirkt sehr authentisch. Also die Wohnung ist halt nicht aufgeräumt. Sie ist halt ein bisschen chaotisch, aber sie ist trotzdem noch nicht messimäßig komplett zugemüllt. Also man merkt, der Typ macht noch was. Er kann noch ein bisschen, er will noch ein bisschen. Ja, weiß nicht. Was meinst du? Ist dir das nicht genug oder was? Nö, also ich fand das, also ich glaube, man hätte doch ein bisschen mehr rausholen können. Aber was der Film ja wirklich durchgängig macht, der ist ja in 4 zu 3 gedreht oder wird in 4 zu 3 dargestellt. Der hat ja immer dieses, es soll ja dieses Gefühl von, ich nenne es mal Gefangenschaft übermitteln, dieses eingeengt sein. Ich meine, Charlie ist ja von seiner Figur her ja ein, ich sag mal, ein sehr freigeistiger Mensch. Aber der ist halt eben eingeengt in diesen massiven Körper. Und genauso ist es halt mit dem Apartment und auch eben mit dem gesamten Film, der halt, wie gesagt, in 4 zu 3 dargestellt wird. Wie fandest du die denn, diese 4 zu 3 Darstellung, Chris? Fandest du das ein bisschen arg zu verkünstelt oder fandest du es genau richtig? Also in der Pressevorführung hat mich das sehr irritiert, als der Film losging. Der Vorhang geht komplett auf und auf einmal hast du da auf dieser bedeutend größeren Leinwand dieses 4 zu 3 Format. Allein, weil es einfach besser ausgesehen hätte, hätte ich mir jetzt vom Seherlebnis her gewünscht, der Film wäre in einem anderen Format gedreht worden. Aber was die Location betrifft, ja, ich fand das auch in Ordnung, dass die Wohnung eben nicht so messyhaft aussah. Weil zum einen, wir haben ja nun mal auch seine Pflegerin Liz, die vorbeikommt. Vielleicht gibt es da bestimmte Dinge, die der Film nicht gezeigt hat und nur impliziert, dass sie eben auch nicht nur kommt und ihm ein Sandwich bringt und mit ihm fernsieht, sondern vielleicht auch ein bisschen sauber macht. Aber es spiegelt wahrscheinlich aber auch den Gemütszustand von Charlie selbst wieder. Weil er ist zwar deutlich depressiv und hat mit seinen Dämonen zu kämpfen und seine Dämonen haben ja auch mehr oder weniger gewonnen, weshalb er eben in diesem Körper steckt. Aber er ist immer noch ein fitter Geist. Er hat gute Absichten. Er kann immer noch zwischen richtig und falsch unterscheiden. Er gibt sich immer noch Mühe, in irgendeiner Weise das Positive zu sehen. Und das spiegelt die Wohnung irgendwo wieder. Die Wohnung ist nicht perfekt aufgeräumt, aber sie ist auch kein Schlachtfeld. Von daher hat das zu seinem Zustand irgendwo gepasst. Es ist kein Zustand, aber was einfach mittlerweile, glaube ich, zu fast jedem Aronofsky-Film dazugehört, ist biblische Verweise. In Mamba war es extrem. In Noah, Überraschung natürlich auch. Aber auch in Filmen wie The Wrestler zum Beispiel oder selbst in Pi konnte man schon so leichte Verweise auf die Bibel finden. Und das natürlich auch in The Whale. Religion spielt ja in The Whale auch ein sehr großes Thema, würde ich sagen, eine sehr große Rolle. Wie hast du denn wahrgenommen, diese Thematik, Chris? Also dieses Mal erstaunlich weniger als vorher, finde ich. Also am Ende, ja, das Ende, da kann man sich drüber streiten, ob man das berührend findet oder viel zu drüber. Aber dieser Missionar hier, da kommen wir mal kurz auf diesen Charakter zu sprechen. Wie hieß er nochmal gleich? Thomas. Thomas, ja. Thomas, gespielt von Ty Simpkins. Da ist ja dieser Missionar, der mehrmals an Charlies Tür klopft und ihn bekehren will, weil er eben denkt, du brauchst Hilfe und wenn du zu Gott findest in deinen letzten Tagen, dann wird das deine Seele retten, was halt so ein Missionar einem da erzählen würde. Und ich finde diesmal, dass Aronofskys religionskritische Sicht hier deutlich besser zum Tragen kommt. Ich meine, Leute, die sich Darren Aronofskys Filmografie ansehen und nichts über ihn privat wissen, werden sich jetzt vielleicht wundern. Aber der Mann behauptet ja tatsächlich von sich selbst, er sei Atheist. Nur, er hatte eben eine stark religiöse Erziehung und deswegen finden diese Themen immer wieder in seine Filme. Aber er nimmt, obwohl das immer da so breit gefächert vorkommt, einen atheistischen Blickwinkel ein. Und ich finde, hier kommt das eigentlich relativ gut zur Geltung mit Thomas. Weil Charlie wird halt schon dann in einer Art und Weise dargestellt, die ihm Recht gibt. Es gibt halt eine Szene, da weist er Thomas zurecht und sagt hier, komm, das ist doch alles Blödsinn. Und glaubst du wirklich, ich, das bringt mir was? Und glaubst du wirklich, ich erhalte Vergebung? Und warum machst du das eigentlich? Und Thomas hat ja auch ein paar Geheimnisse, wie wir später erfahren, die dann eben zutage kommen, wo klar wird, ja, er versucht wahrscheinlich auch nur vor sich selbst wegzulaufen oder glaubt irgendwie, er kann sich selbst retten, wenn er irgendwie Charlie bekehrt oder sowas. Also ich finde, der religiös-kritische Angle, der kommt hier deutlicher zum Tragen als in anderen Aronofsky-Filmen zuvor. Wie hast du die Religionsthematik wahrgenommen, Kenny? Ich selbst bin Atheist und versuche das Ganze nicht immer so ernst zu nehmen. Also gerade bei amerikanischen Filmen, wo gerne mal sehr stark das Christentum und alles nach vorne gehoben wird und In the Name of God und God Save America und was weiß ich, bist du es ja irgendwie als deutscher atheistischer Kinogänger ja gewohnt, dass das so ist und blendest das einfach weg. Tatsächlich wusste ich jetzt nichts über seine privaten Denkweisen. Allerdings, wenn du schon sagst, dass der christlich erzogen wurde, aber selbst eine Frage stellt, finde ich, verarbeitete er das ganz gut in dem Film, weil er es ja in dem Film eine Frage stellt. Du hast ja diese Gegenüberstellung. Du hast ihn, der nicht mehr glaubt, der scheinbar mal geglaubt hat und da sind viele Sachen passiert, da hat er entschieden, nee, ich glaube nicht mehr und der trifft dann auf jemanden, der ihn missionieren will und anfangs lässt er sich noch so ein bisschen drauf ein, aber trotzdem gibt es diesen Konflikt und ich finde, wenn seine eigene Ansicht das ja so ist, wenn du selbst mal christlich erzogen wurdest, aber selbst atheist bist, hast du ja immer diesen innerlichen Konflikt und dann hast du auch eine sehr kritische Sichtweise auf Religion und dass du dann natürlich sowas in einem Film verarbeitest, ist dann natürlich selbstverständlich und ich finde, hier ist es okay, weil es halt kritisch dargestellt wird und nicht als selbstverständlich, dass es ja am Ende ja um Gott geht und es ist alles Gott gegeben und bla bla bla, sondern es ist bis zum Ende hin kritisch und das finde ich gut, weil du kannst es dir aus beiden Sichtweisen irgendwie dir selbst interpretieren, was du daraus mitnimmst in dieser Geschichte. Für mich war das typisch Aronofsky. Mich hat es nicht gestört, ich hätte es, glaube ich, nicht gebraucht. Irgendwie war für mich immer so Mother sein Bibelfilm. Er hatte das Gefühl, damit hat er im Prinzip eigentlich alles gesagt und das mehr als deutlich, weil, und das hat er sich auch beibehalten bei Bewell, Aronofsky ist kein Mann der subtilen Töne. Das kann man, glaube ich, ganz klar sagen, auch bei Bewell wird das Emotionale wirklich mit Donnergrollen nach vorne getragen. Fandet ihr das hier passend oder hättet ihr euch gerne noch ein paar, vielleicht leisere Töne gewünscht? Kenny, wie sieht es aus? Das ist schwierig, darüber habe ich jetzt nicht groß nachgedacht. Also, um dir darauf eine richtige Antwort zu geben, müsst ihr jetzt eine Weile darüber nachdenken. Oder wir machen jetzt eine 30-minütige Pause, wenn du möchtest. Gerne. Okay, Kenny on the break. Dann hör jetzt mal gut zu, was der Onkel Chris sagt, vielleicht kannst du was mitnehmen. Also, wenn wir Aronofskys Gesamtwerk betrachten und ich betrachte mich selbst ja eigentlich schon als ein Fan von ihm, dann würde ich The Whale am ehesten noch mit The Wrestler vergleichen, weil ich finde, der haut hier nicht so auf die Pauke wie in anderen Filmen. The Wrestler fand ich auch relativ geerdet und vor allen Dingen, wir sind das ja bei Aronofsky gewohnt, das, was er so gerne macht, er erzählt am Anfang ein Drama, das dann in Sachen Intensität so dermaßen zunimmt, dass es am Ende schon wirklich zum Horror wird. Wie gesehen bei Requiem for a Dream. Wie gesehen bei Black Swan. Und hier ist es eben wie bei The Wrestler. Es ist ein Drama, es wird intensiv, es geht an die Nieren, aber es verwandelt sich nie in einen vollkommenen Albtraum. Und ich mag das eher, wenn Aronofsky eben so ist. Weil du hast hier eine Szene, da hätte ich eigentlich erwarten können, jetzt packt Aronofsky die albtraumhaften Bilder aus. Jetzt wird das so unerträglich, dass man kaum noch hinsehen kann. Nämlich, es gibt halt einen Moment, wir haben ja auch schon vorher darüber gesprochen, wenn Charlie an seinem absoluten Tiefpunkt angelangt ist und er hat dann eine Fressattacke. Und die Szene dauert nicht erst mal so lange und sie ist, sie gleitet auch nicht in vollkommene Absurditäten und Geschmacklosigkeiten ab. Und ich hätte eigentlich an dem Punkt damit gerechnet, jetzt kriegen wir Classic Aronofsky, jetzt wird es richtig, richtig düster. Aber es hielt sich so in der Waage, finde ich. Ja. Also sie ist unangenehm, also auch anzugucken, weil es passiert da schon die ein oder andere widerliche Situation, aber es hält sich noch so zurück, das stimmt schon. Da, wo du jetzt The Wrestler genannt hast, es ist ja, glaube ich, schon mein liebster Aronofsky-Film. Und was der, wie ich finde, The Whale voraus hat, ist natürlich, The Whale ist ein Kammerspiel, aber ich finde, The Whale ist größtenteils saulangweilig inszeniert. Also bei The Wrestler hast du immer wieder so kleinere und größere Ideen, zum Beispiel, wenn die Kamera ihm folgt oder so. Und ich glaube, dass bei, ja, The Whale wäre auch möglich gewesen, die Inszenierung ein bisschen herauszuheben. Aber das, was wir halt sehen, ist halt größtenteils einfach, stell die Kamera hin, lass die halt spielen und das war mir tatsächlich dann wirklich zu wenig. Kenny, wie hat dir die Inszenierung gefallen? Kennt ihr den Begriff Misophonie? Scheinbar nicht, was der Schweigen sagt. Misophonie ist eine Störung, wo Menschen Probleme haben mit Essgeräuschen und Menschen beim Essen zuzugucken. Darunter leide ich ein bisschen. Oh. Und es gibt auch verschiedene Stufen und bei mir ist es halt so, dass ich sowas in so einem Film, sag ich mal, ertragen kann, wenn es jetzt nicht zu lang wird. Deswegen eine Warnung raus und alle Misophoniker, wenn ihr da wirklich sehr empfindlich seid, dann ist dieser Film nichts für euch. Weil diese Szene mit dieser Fressattacke, die ist intensiv. Sie ist nicht ewig lang, sie ist ein Stilmittel, sie stellt das alles wirklich sehr gut dar, auf den Punkt gebracht. Aber wer da wirklich empfindlich ist, der sollte da wirklich von dem Film fernhalten. Oder vielleicht da, dass sie auf Blu-ray oder sowas holen oder um das zu skippen, um Frust spulen zu können, weil dann könnt ihr nicht flüchten. Nur eine Warnung daher. Ich selbst habe ja auch eine gewisse Essstörung, sage ich mal. Frustessen ist mir bekannt. Und diese Szene dann anzugucken, tut weh. Die geht tief, weil du die Situation in irgendeiner Form kennst. Zwar nicht in der Intensität, wie es bei ihm passiert ist, über den langen Zeitraum, aber trotzdem hat sich das in mir selbst wieder gespielt, im Sinne von, ach scheiße, ich weiß ganz genau, wie der sich fühlt. Weil diese Fressattacke kommt ja erst nach dem, was passiert ist. Er will ja eigentlich was dagegen tun. Du hast ja diesen Kampf in diesem Film. Du siehst ja eigentlich, wie er quasi einmal eine anfängliche Fressattacke hat und er merkt, nee, ich muss jetzt aufhören und pack das Essen wieder in die Schublade und mach die Schublade zu. Und dann passieren aber Sachen, die ihn psychisch belasten, die ihm Energie rauben und dann ist diese Kraft, um diese Barriere aufrecht zu erhalten, einfach weg. Dann fällt die Mauer und dann kommt dieses Frustfressen. Und diese Szene stellt das einfach extrem gut dar und auch auf eine authentische Art und Weise. Von daher wirklich sehr gut gemacht, extrem höchst unangenehm und geht tief. Ja, soviel dazu. Ja, also die Szene ist natürlich unangenehm. Ich habe da jetzt auch nicht völlig unberührt gesessen, aber sie war halt, das ist vielleicht das denkbar falscheste Wort, um das zu beschreiben, aber sie war halt im Rahmen der Geschichte noch nicht so geschmacklos wie man, oder geschmackvoll, immer noch geschmackvoll im Rahmen von dem, was wir da gesehen haben. Weil ich habe halt wirklich gedacht, jetzt wird es richtig düster. Jetzt kommen die albtraumhaften Bilder. Aber das war halt nicht der Fall. Aber klar, es ist heftig, sich das anzusehen. Es ist vor allen Dingen eben heftig, sich das anzusehen, weil du wirklich, und das ist Frasier geschuldet und das ist dem Skript geschuldet, an diesem Punkt enorm viel Empathie für Charlie aufbringst. Ich finde, das macht der Film hervorragend. Hier und da ist es vielleicht ein bisschen drüber, wenn wir mal über das Verhältnis mit ihm und seiner Tochter reden können, weil, ja, seine Tochter ist ein wütender Teenager. Seine Tochter hat ihren Vater weggehen sehen, als sie acht Jahre alt war. Und Wunden, die uns zugefügt werden, wenn wir jung und verletzbarer sind, heilen halt nicht so leicht. Manchmal heilen sie auch gar nicht. Das verstehe ich alles. Nur, an manchen Stellen ist es wirklich schwierig, Sympathie für Ellie aufzubringen und vor allen Dingen, dass Charlie so durchgehend immer und immer wieder sagt, du bist so ein wundervoller Mensch, Ellie. Du, du, du darfst das nicht vergessen. Und wir sehen Ellie, die sich wirklich unausstehlich verhält. Da fand ich Charlies Optimismus und seine, seine vergebende Art und seine Art, Ellie die Hand reichen zu wollen, an einigen Stellen schon ein bisschen übertrieben, weil Ellie macht ja teilweise wirklich Dinge, äh, da hätte auch der geduldigste Mensch gesagt, weißt du was, also ich, ich hab jetzt wirklich die Schnauze voll mit dir. Aber, ähm, ansonsten find ich das einfach großartig gespielt von Frasier und ich finde, er, er, er ringt mit Leichtigkeit unsere Empathie und unsere Sympathie und deswegen tut dieser Absturz in dieser Szene dann auch so weh. Er hat bei mir keine Empathie entfacht, gar nicht. Das liegt, also ich sage nicht, dass Bretton Frasier das nicht gut spielt. Ich, bei mir ist das Problem, ich finde, dass die Figur nicht gut geschrieben ist. Äh, Charlie hat für mich im Prinzip nichts menschliches jetzt, das klingt jetzt falsch, also es geht mir nicht darum, wie er aussieht, sondern einfach, wie er sich verhält, wie er geschrieben wird. Es ist halt, für mich ist das so ein Märtyrer. Ähm, ich war stellenweise sehr sauer darüber, weil ich ja in einer ähnlichen Situation bin, nicht ganz so ähnlich, aber ich hatte ja auch wirklich lange Zeit sehr, sehr viel zu viel auf den Rippen. Ich habe jetzt innerhalb der letzten 12, 14 Monate über 100 Kilo auch abgenommen, ähm, kenne also durchaus ein bisschen, äh, ich kenne diese Gefühle und ich finde aber, was Whale macht, ist, ähm, im Prinzip ist Charlie kein Wahl. Charlie ist ein Opferland, der zur Schlachtbank geführt wird. Das ist von Minute 1 klar, ähm, und ich fand es stellenweise aus den falschen Gründen unerträglich, wie er diesen armen Mann darstellt, ähm, weil für mich war das kein Mensch, denn zum Menschsein gehört mehr, als eben Mitleid oder teilweise Selbstmitleid zu baden und halt diese überoptimistischen Kalenderweisheiten aufzusagen. Für mich ist The Whale, und ich muss wirklich zurücküberlegen, ich glaube wirklich, für mich ist The Whale der schlechteste Aronofsky. Ich müsste The Fount nochmal sehen, den hab ich nur einmal gesehen, den fand ich auch nicht so toll, aber, ist zu lange her, aber von dem, also was ich mich erinnern kann, ist für mich The Whale ganz klar und mit weitem Abstand der enttäuschendste Aronofsky. Ich kann verstehen, wenn man ergriffen ist von dem, was der Film erzählt, was der Film zeigt, ja, Brandon Treasure ist ein toller Schauspieler, er hat auch den Oscar verdient, auch diese Hong Chao macht das gut, aber insgesamt fand ich diesen Film schon für mich gesehen, aus meiner Perspektive problematisch, äh, unschön, wie gesagt, nicht aus dem Grunde unschön, weil ich sage, ja, er zeigt mal die unbequeme Wahrheit, nee, ich finde nämlich, dass der Film von der Wahrheit so weit entfernt ist, wie es nicht weiter entfernt sein können, ähm, und, ja, deswegen keine Empathie bei mir für Charlie. Sorry. Nein, das ist absolut nachvollziehbar, wenn du das, dein persönlicher Blickwinkel, wenn der da in eine andere Richtung geht, aber, ja, ich kann halt, ich kann halt nur sagen, dass ich, also, ich gebe dir ja in dem Punkt recht, dass ich Charlies, äh, äh, Art, alles positiv zu sehen, hier und da auch ein bisschen übertrieben fand, aber, da ist halt, dieser, dieser, das Wort Märtyrer macht es halt, trifft es halt irgendwo auf den Punkt, er bereut es halt zutiefst, was er getan hat, er sieht die Fehler ein, ich meine, er hat seine Familie stehen lassen, seine Tochter, als sie acht Jahre alt war, und deswegen, äh, deswegen erträgt er halt das alles, deswegen, äh, steckt er die Schläge ein, so hart sie auch sein können, und das war mir hier und da halt ein bisschen zu übertrieben, weil ich Ellie halt ein bisschen übertrieben fand, ich meine, es kommt dann ja mit bezüglich ihrem Verhältnis zu Thomas, zu einem Twist später, wo Ellies Verhalten ja irgendwie versucht wird, ins Positive zu kippen, und man zeigt halt hier, sie ist so ein harte Schale, weicher Kerncharakter, aber manche Dinge von ihr, die, die finde ich wirklich zu übertrieben, deswegen finde ich dann auch, äh, seine, seine wohlwollende Art, ihr gegenüber zu übertrieben, wäre Ellie vielleicht, ähm, ein bisschen dezenter geschrieben worden, von wegen, sie ist angepisst, aber sie ist nicht so unerträglich, bosartig, dann hätte ich Charlies Reaktion ihr gegenüber vielleicht auch mehr abkaufen können, aber alles in allem konnte ich halt das nachvollziehen, dass dieser Mann halt zutiefst bereut, wie die Dinge gelaufen sind, und deswegen sich dieser Situation bereitwillig aussetzt, ganz egal, wie weh es auch tut. Hm. Ich muss auch sagen, es gab halt einen Moment, äh, wo ich, da kam in mir das Gefühl auf, und ich sag's so, wie es ist, äh, Charlie ist ein Arschloch. Ähm, und nicht, weil er seine Familie verlassen hat für die, Zitat, Love of my life, sondern weil halt eben gegen Ende was rauskommt, ich möchte das jetzt nicht wie aus Spoilergründen genauer sagen, aber es hat was mit zum Thema Finanzen zu tun, ähm, und da war mir halt klar, okay, ähm, ich kann mit dieser Figur nicht connecten, das geht einfach nicht. Zum einen, weil ich finde, dass er nichts Menschliches hat, äh, und weil ich auch finde, dass, was er getan hat, ist halt Ausbeuterei. Der hat halt einfach andere Leute ausgebeutet. Und, für mich, natürlich tut er mir auch irgendwie leid am Ende, klar, aber, ähm, ja, was er gemacht hat, ich find das, ich fand das krass. Und ich, für mich hat das nicht so gewirkt, wie, ja, er hatte ja keine andere Wahl, oder er versucht doch nur das Beste zu machen, nee, für mich war das ein absolut egoistischer Move, und, hat für mich die Unmöglichkeit, empathisches Erfinden für ihn aufzubauen, nochmal ein bisschen erschwert, oder komplett, komplett vernichtet. Und wie gesagt, ich kann verstehen, wenn man das anders sieht, das ist wirklich eine komplett subjektive Wahrnehmung, aus, äh, auch teilweise geschuldet, aus persönlichen Erfahrungen, ähm, aber, es macht mich halt wirklich auch ein bisschen sauer, wenn man dann immer aus dem Film kommt, und ich hab halt immer noch ein paar Kilo zu viel, ich mein, und Kenny und ich, wir sind einfach, ne, wir sind einfach kleine Moppel, äh, aber sexy dabei, ähm, absolut. Und man, man wird halt wirklich darauf angesprochen, ey, ich kann jetzt verstehen, wie es dir geht, nee, könnt ihr nicht. Bitte lasst es sein. Also, das, 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 ich hab's immer wieder jetzt von ein paar Leuten gehört, das ist nicht böse gemeint, das, ich nehm's auch nicht als böse wahr, aber bitte glaubt nicht, dass nur, weil der Whale gesehen hat, dass ich auch eine Ansatznähe weiß, wie es ist, mit so einem Körper zu leben. Das wisst ihr nämlich gar nicht. Wie gesagt, der Whale ist ganz weit davon entfernt. Denn auch Adipose-Menschen, dicke Menschen, ja, äh, können Freude empfinden. Aber Charlie, in dieser einen Woche, die wir ihn sehen, ist der nur, ist der nur dafür da, um zu leiden. Und ich hab's, darauf hab ich keinen Bock. Es gibt irgendwie nur zwei Arten von solchen Dicken. Das eine ist der fröhliche, lustige Dicke, und das eine ist halt eben dieser, jetzt Charlie, der mördliche Dicke. Und ich finde, da fehlen mir dann doch die Zwischentöne, die graue Töne. Ja, ähm, ich glaube, ich hätte damit aus meiner Seite alles gesagt, aber wer jetzt ein bisschen schuld gewesen ist, ist Kenny, der vermutlich schon, nachdem ich gesagt hab, er ist sexy, sich im Spiel angeschaut hat, oder? Ja, meine Hose hab ich schon ausgezogen. ja, ich. Das ist eine schöne Öffnungsszene, ne? War auch cool. Ja, ja, oh, ja, ja, ja. Ähm, tatsächlich, ich verstehe die gesamten Kritikpunkte, die er anspricht. Ähm, ich glaube, das Problem hier ist, dass wir ein Theaterstück auf die Kinoleinwand gebracht haben, ohne ihn für die Kinoleinwand entsprechend umzuschreiben. Ich hätte es besser gefunden, wenn der Film über eine längere Zeit kaum die Geschichte erzählt hätte. Mit dem, mit dem Leidensweg, also wie es, wie es dazu gekommen ist, beziehungsweise, ähm, mit Alltag. Weil das Ding ist, das Merkwürdige ist, du wirst hier in diese Geschichte reingeworfen, an einem Montag oder Dienstag, keine Ahnung, und am Ende der Woche ist die Geschichte vorbei. Und an dem Tag X, wo er, wo es ihm schlecht geht, schreibt er plötzlich seiner Tochter, die kommt einfach mal vorbei. Gleichzeitig klingelt an der Tür der Missionar, der ihn versuchen will, von Gott zu überzeugen. Äh, dann, irgendwann springt natürlich noch die Mutter mit ein, von Elli, und alles passiert so schnell, dass der Typ quasi einen komplett gefüllten Tagesplan hat. Nebenbei gibt er noch seine, seine Referate da, online, äh, und wie du schon angesagt hast, das Thema Geld ist ja auch so ein Ding. Der Typ hat ja eigentlich nicht wirklich einen Leidensweg, er hat eine große, schöne Wohnung, er kann seinen Job von zu Hause aus machen, Homeoffice, verdient damit genug Geld, äh, und, und eigentlich, geht's ihm eigentlich gar nicht so schlecht. Und, wenn du aber zu, 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 zu einem starken Übergewicht kommst, hat das ja meistens irgendwo eine psychische, äh, Problematik irgendwo, welche das ist, das können unterschiedliche Gründe und, und, und Ursachen haben, ähm, aber, so wie er eigentlich lebt, was er für ein Leben hat, ergibt das Zusammenhang zu dem, was da passiert, nicht wirklich was. Auch wenn ihm mal vor vielen Jahren was Schlimmes passiert ist, äh, so schlimm kann's ja nicht gewesen sein, wenn er trotzdem deswegen ein halbwegs stabiles Leben hat, weil er hat ja Kontakte, er hat Freunde, er hat einen Beruf, äh, das ist ja irgendwie alles da, äh, und, und das macht's halt nicht so schlüssig. Und das, das gefiel mir halt nicht. Das ist einfach einfach das alles so, die richtigen Leute kommen zum richtigen Zeitpunkt dazu. Und das, das mag vielleicht im Theater funktionieren, weil das da wenig, wenig Kulisse und so weiter ist, ne? Du willst ja auch die Geschichte kurzbündig erzählen, aber in einem Film hast du ja die Möglichkeit, durch Zeitsprünge, oder was weiß ich, dieses, die Geschichte länger zu erzählen. Und da verlierst du dann irgendwo seine Seriosität. Und wie es du schon gesagt hast, äh, das spiegelt, äh, die, 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 die Gefühlswelt eines, eines stark adipösen Menschen nicht wieder. Ja, weil, da gehören noch viele andere Sachen dazu. Da gehören dazu andere Menschen, die einen schlecht behandeln, die einen negativ behandeln. Dazu gehören, ähm, Spiegelung in, 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 in den sozialen Medien oder vielleicht auch in allgemein den Medien, guck dir, äh, Werbung an, guck dir Filmstars an, wie die aussehen, oder guck dir den roten Teppich an und sowas. Das all sowas spielt irgendwo, hat einen Einfluss darauf, wie Mensch sich fühlt und was das psychische mit einem macht. Und das fällt dir vollkommen flach. Also du hast nie den Punkt, dass du, dass da mal zum Beispiel Fernsehen guckst und dann wird plötzlich schlecht über Übergewichtige geredet oder irgendwie sowas. Oder das, oder von Mode wird nicht gesprochen oder sonst irgendwelchen Sachen. Äh, das fällt dir alles raus. Und das fehlt halt, um es wirklich als seriösen, einen Film rüberzubringen, der eine tiefe Botschaft hat. Auch wenn er emotional ist und auch eine emotionale Spur hinterlässt, so fehlt trotzdem noch Details, um daraus eine bündige Sache zu machen. Also, was ich absolut verstehen kann, ist der Punkt, wie viel innerhalb dieser Woche in seinem Leben passiert. Ich meine, es gibt Menschen, die sind körperlich wenig, wesentlich fitter und die haben weniger soziale Kontakte als er. Das war schon, das ist schon beachtlich irgendwo. Es gibt, es gibt Menschen, die, die haben nicht mit diesem Problem zu kämpfen, sind aber bedeutend einsamer als er. Er war ja eigentlich, rund um die Uhr gab's da, was für ihn zu tun, rund um die Uhr gab's Action irgendwo. Wie, wie praktisch schon wie in einer Sitcom. Leute kommen bei ihm zur Tür rein und die nächste Szene beginnt. Ja, genau. Fand ich auch schon ein bisschen so, normalerweise Menschen, die mit sowas zu kämpfen haben, die sind einfach die größte Zeit meistens allein. Punkt. Die sind sehr, sehr viel allein. Da kommen nicht ständig Leute ein und aus und die, die haben halt mit der Isolation zu kämpfen, die so eine körperliche Verfassung mit sich bringt. Aber irgendwo habe ich da das Gefühl, dass der Film auch nicht unbedingt so komisch das klingen mag, ein Statement zum Thema Übergewicht machen will. Weil es geht in erster Linie halt um eine extrem geschädigte Person, die halt Fehler begleichen will. Ich habe von anderen Stimmen aus den USA, die den Film sehr mochten, auch schon gehört, du könntest das Übergewicht ersetzen durch Drogensucht oder Alkoholsucht und könntest mehr oder weniger die gleiche Geschichte erzählen. Jetzt wäre natürlich, ja, jetzt wäre natürlich ein Alkoholiker oder ein Drogensüchtiger nicht so an seine Wohnung gefesselt und könnte nicht raus, da müsste man sich doch irgendwas einfallen lassen. Aber eventuell kann es damit zusammenhängen, dass wir halt keine Szenen sehen, wo er gemobbt wird, verspottet wird oder eben Sachen im Fernsehen sieht, die ihn doch trauriger machen, weil der Film sich nicht wirklich auf das Thema Übergewicht so einschießen will. Es geht halt um Vergebung, es geht um Selbstliebe, es geht um die Einsicht, wenn man am Ende eines Lebens angekommen ist und bestimmte Dinge korrigieren möchte. Also vielleicht war das nicht die Intention, die da verfolgt wurde. Was halt auch schade ist, ich nenne es jetzt einfach mal Fresssucht oder mal Esssucht, ich weiß jetzt nicht, wie der korrekte Terminus ist, aber das Perfide an dieser Sucht ist ja, du musst ja essen. Du kannst ja nicht auf Essen verzichten. Du kannst natürlich weniger essen, ja, zum Beispiel bei Nikotin und Alkohol, das ist ja nicht lebensnotwendig. Aber mit Essen wirst du halt immer konfrontiert. Das ist auch so eine Chance gewesen, wie sie haben nicht wirklich genutzt. Das ist jetzt aber auch nicht so schlimm, wie ich finde. Ich kann aber, wie gesagt, ich habe glaube ich alles zu dem Film gesagt. Ich kann verstehen, wenn man da ergriffen ist und ich bitte nicht falsch verstehen, ich will den Film auch nicht canceln oder so, bitte nicht. Natürlich. Aber ich für meinen Teil, mich hat er wirklich zuerst ernüchtert, dann verärgert und mittlerweile so knapp drei, vier Tage nach der Sichtung habe ich jetzt glaube ich auch alles gesagt zu dem Film und ich glaube, dass der in meiner filmischen Welt ansonsten keine große Rolle mehr spielen wird. Ich freue mich für Bretton Treasure, dass er einen Oscar gewonnen hat. Ich hätte es auch Colin Farrell gegönnt, sei es drum. Oder Paul Meskel, den Aftersun. Aber das Oscar war dieses Jahr echt stark. Können wir das mal festhalten, das war echt saustark. Absolut. Ja, viele tolle Performance. Vielleicht noch gesagt, dass Hong Chao, die seine Freundin schräg-schräg-hackenschwester Liss spielt, war ja auch Oscar nominiert. Auch die macht das sehr gut. Absolut. Wenn ihr nicht wisst, wer Hong Chao ist, die war als Chefkellnerin auch in The Menu zu sehen. Die könnt ihr gerade bei Disney Plus sehen. Auch da hat sie eine relativ gute Performance abgeliefert. Ansonsten, ja, ich habe nichts mehr. Habt ihr noch irgendwas, was ihr loswerden wollt? Das Thema 4 zu 3 wollte ich kurz nochmal auffassen. Also, ich war auch kurz überrascht, als ich dieses 4 zu 3 Format gesehen habe. Aber dann nach 5 Minuten oder 10 Minuten war das dann komplett ausgeblendet. Und das ist mir noch ein einziges Mal wieder aufgefallen. Kann daran liegen, dass ich mit 4 zu 3 aufgewachsen bin und ich das einfach kenne. Früher war alles 4 zu 3. Wir hatten ja damals nichts. Wir hatten ja damals nichts, genau. Ja, von daher, ich weiß nicht, ob das Stilmittel jetzt so effizient genutzt wurde. Ich glaube, es macht keinen Unterschied, oder? Ob das jetzt 16 zu 9 ist oder 4 zu 3? Doch, ich finde schon, das ist von der Bildsprache her schon was anderes. Und ich finde, dass 4 zu 3 immer so was, was eingeschlossenes hat. Das ist, ich glaube, dass so Filme wie jetzt zum Beispiel Der Leuchtturm, das ist, glaube ich, der letzte bekannte große 4 zu 3 Film, der in 16 zu 9 auch ganz anders gewirkt hätte. Und so ist es auch bei The Whale. Weil The Whale ja auch von der Farbgestaltung eher ausgewaschen wirkt. Der ist ja wirklich, also von der Farbgebung ist er ja alles andere als ein, ich nenne es mal Crowdpleaser. Hat seine Oscars verdient. Aber ich würde ihn nicht nochmal ein zweites Mal gucken. Wenn ihr jetzt wisst, da kommt irgendwo ein Free-TV oder da kommt auf irgendwelche Streaming-Dienste raus, ich werde den Film nicht nochmal gucken. Ich habe ihn geguckt, weil Brandon Fraser so damit polarisiert wurde durch seine ganzen Preise, die er gewonnen hat. Jetzt natürlich durch die Oscar-Verleihung nochmal eine Note drauf. Aber ansonsten ist es kein Film, den ich jedem empfehlen würde. Das ist für uns Filmfreaks, die sich mit Oscars beschäftigen und dem ganzen Zeug drumherum so eine Art Pflichtveranstaltung. Aber ist das jetzt ein Film, den man jemandem empfehlen würde? Oder ich glaube nämlich eher nicht. Also ich doch, wenn jemand sagt, er mag The Wrestler oder die allgemeinen Aronofsky-Filme, dann soll er sich den gerne angucken. Ich bin sowieso jemand, der die Meinung vertritt, wenn dich ein Film interessiert, dann guck ihn dir an, egal wie dir was die Kritiken sagen. Selbst ein schlechter Film kann eine Erfahrung sein. Ich würde ihn auf alle Fälle weiterempfehlen, weil ich finde das halt immer so interessant bei Verfilmungen von Theaterstücken, dass das Kino kann dir eine ganze Menge geben und deine Sinne berauschen mit unglaublichen Kamerafahrten und Special Effects und was weiß ich noch alles für fantastischen Tricks. Aber es geht halt auch so einfach. Du brauchst einfach nur gute Schauspieler und ein gutes Skript und eine gut erzählte Geschichte und die Magie kann passieren. Deswegen bin ich immer ganz besonders begeistert von tollen Verfilmungen, von Theaterstücken. Du hast so was Minimalistisches und du erzeugst trotzdem etwas, was dich absolut fesselt und bannt. Ich mag zum Beispiel halt sehr hautnah von Mike Nichols oder auch Fences von Denzel Washington. Und ja, das schlägt für mich so in diese Kerbe. Du hast nur diese eine Location, du hast nur diese Darsteller, die sich wirklich die Seele aus dem Leib spielen und es ist einfach ganz, ganz groß. Von daher, allein deswegen, wenn man auf großes Schauspielerkino steht, würde ich sagen, unbedingt ansehen. Und ich dagegen würde sagen, ja, vielleicht sehe ich ihn mir noch ein zweites Mal an. Wenn ihr auf große Podcasts steht, dann habt ihr eigentlich schon die richtige Adresse gefunden, nämlich den Tele-Stammtisch. Dort findet ihr nicht nur diese Besprechungen, sondern auch ganz, ganz viele andere Besprechungen und vielleicht das ein oder andere Special. Schaut da gerne mal auch unsere Webseite www.tele-stammtisch.de. Außerdem würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns positiv bewertet bei Spotify oder Apple Podcasts oder wo es sonst noch möglich ist. Ich weiß jetzt nicht die ganzen Adressen auswendig. Ich bin nämlich mittlerweile in dem Alter, wo ich nicht mehr zur werberelevanten Zielgruppe gehöre. Und damit wäre die größte, trage ich jetzt auch endlich auf dem Tisch. Ich bin alt und meine beiden Kollegen sind es noch nicht, aber das werden sie noch. Und damit beschließen wir diesen Podcast. Lieber Kenny, lieber Chris, vielen Dank, dass ihr mit mir über The Way geredet habt, der, ich wiederhole, am 27. April in die deutschen Kinos kommt, was wirklich echt eine starke Verspätung ist. Aber ja, kann man nichts machen. Ich sage Adieu. Vielen Dank fürs Zuhören. Dann sagt der Chris Adieu und dem Kenny gebührt das letzte Wort. Adieu. Ich glaube, ich bin nur ein Jahr jünger als du. Also weiß ich schon da, diesbezüglich da sehr bald genau, was du gerade denkst und fühlst. Aber ja, danke euch beiden. Danke an alle fürs Zuhören. Es war mir wie immer eine große Freude. Bis zum nächsten Mal. Mein Körper ist alt, meine Hülle, aber meine Seele bleibt weiterhin ein dauergeiler Teenager. Von daher ist das vollkommen egal. In diesem Sinne, macht's gut. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des TeleStammfisch betreiben ein semi-professionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.